Der Stolz hat jemand etwas gut gemacht, dann soll er sich darüber freuen. Nur freuen ist heute viel zu wenig. Stolz will man heute darüber sein. Stolz, das war früher eine Sünde. Oder ist es vielleicht auch heute noch so? Stolz macht den Menschen überheblich. Freude macht dem Herzen froh. Als Kinder haben wir gelernt, das ist wohl schon sehr lange her, dass eins der allerschönste Engel aus Stolz wurde zum Lucifer.